So, Silberpfenniger, die sind zum Glück nicht so, wir stellen es nicht in Frage, dass ich hier einfach ihr Zeug einsacke, möge uns Berat Weisheit retten. So, hier könnte ich mit Schwierigkeitsgrad 5 reinkommen. Halt, Schwester. Verzeih meine Unterbrechung, aber ich glaube nicht, dass ich die schon mal gesehen hätte. Was? Ich habe keine Zeit, mich mit deiner mangelnden Wahrnehmung abzugeben. Fort mit dir. Ich habe erst kürzlich mein Gelübde eingelegt. Macht nichts, ich werde das hier auf die harte Tour erledigen. Ich habe erst kürzlich mein Gelübde abgelegt. Der Palin geht an die Brunst und wer ist das bei dir? Noch mehr Rekruten. Ich verstehe, welcher Vorgesetzte wurde dir zugeteilt. Es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber ich habe seinen Namen vergessen. Der Palin, die rostetisch stören. Das tehmt sich nicht für einen Akolyten. Sieh zu, dass du solchen Versäumnissen bald Abwürfe schaffst. Zum Frieden mit seinen tadelnden Worten wendet sich der Palin ab, um fortzugehen. Du solltest besser noch eine zweite Geschichte auf Lager haben. Die sind ein ziemlich nervöser Haufen. So, hier ist die Belohnung drin. Und es sollte hier noch einen Schädel geben. Genau. Auch wenn es komisch anmutet, werde ich mich hier in die Hocke gehe und umschaue. Dieser gebrechliche alte Priester ist über einen Tisch gebeugt und von verstreuten Schriftrunden und Pergamenten umgeben, deren Inhalt er mithilfe eines Digimon Neckels überprüft. Als du dich näherst, schaut er mit feuchten Augen auf. Also noch mehr Besucher, du gehörst nicht zu Akolyten und einer der Wächter bist du auch nicht. Seine Stimme klingt wie ein trockenes leises Krächzen, was sich wenigstens zu einem Eindringling macht. Dazu hat dich wohl Kolska angestiftet, oder? Dann bist du wohl nett, Ma? Ja, junge Frau, um gegen die Verteidigungsstimmung der Burgen anrennen zu lassen, das klingt ganz nach ihm. Er schüttelt seinen Kopf. Ach, würden doch meine Predigten solchen Eifer hervorrufen und dennoch bist du hier. Was willst du von mir? Ich bin gekommen, um Redrick die Stirn zu bieten. Hilfst du mir? Eigentlich bin ich nur gekommen, um diesen Ort zu säubern. Du scheinst ja nicht viel von diesem Kerl Kolska zu halten. Woher wusstest du, dass ich im Auftrag von Kolska hergekommen bin? Nämmer musste ich einen Augenblick lang stürmen. Meine Augen mögen mich ja im Stich lassen, mein Verstand aber nicht. Kolska hat jeden verbündeten Rekortier, den er finden konnte und macht jetzt mit der Erstürmung der Burg ernst. Sein letzter Angriff ist nur nicht lange her und wie du sehen kannst, ist dieser katastrophal ausgegangen, wie ich es vorher gesagt hatte. Kolska ist nicht bereit, manche Wahrheiten zu akzeptieren und er versteht auch nicht, aus welchen Gründen Redrick immer noch an der Macht ist. Wenn er Redricks Festung einnehmen will, benötigt er meine Führung. Ich kann nur hoffen, dass er zuhört. Sonst ist es wohl gut, dass sein Vorgänger die Erwartungen gedämpft hat. Ja, du scheinst nicht viel von Kolska zu halten. Das ist es nicht. Ich stimme mit seinen Methoden einfach nicht überein. Wir kennen einander seit langer Zeit. Ich erinnere mich noch daran, als er ein junger Mann war. Das macht es noch viel schwerer, ihn auf diese Weise handeln zu sehen. Impulsiv, blind. Nenn mal runzelt die Stirn. Trotz all seiner guten Absichten haben er und seine Anhänger mehr Schaden als Gutes bewirkt. Aber ich wünsche ihm nichts Übles und da bin ich also mittendrin gefangen in ihrem Machtkampf. Er hebt einen knochigen Finger. Diese Krise kann aber weder Kols noch Redrick lösen, denn beide sind nur sterbliche Männer. Wir müssen uns Berat zuwenden, denn er ist der Zwillingsgott, der den Sehen von Goldthal Frieden und Ausgeglichenheit bringen wird. Deshalb müssen wir zu Berat beten, wenn wir das Ende vom Weidwins Vermächtnis erleben möchten. Ich bin gekommen, um Redrick die Stirn zu bieten. Hilfst du mir? Nenn mal Stirn runzelt sich im Ausdruck läglichen Bedauerns. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe versucht, Kols und seine Leute vor den Involvierten Gefahren zu warnen. In Wahrheit habe ich sogar oftmals versucht, sie von ihrem Weg abzubringen. Meine Bemühungen scheinen keinerlei Unterschied gemacht zu haben. Warum dich mit dem Typ gutstellen, der dich und all deine Freunde umbringen will? Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie einem solch guten Rat keine Beachtung schenken sollten. Selbst der arme Giacco, ich dachte, dass wenigstens er gerettet werden könnte, aber jetzt gehört der Osria. Nachschub ist er für ihre Experimente. Er beugt seinen Kopf und stützt sich mit seinen zitternden Händen auf den Tisch ab. Ich bin nur knapp der Verdächtigung entgangen. Die Trauer hat Redrick im Griff. Er wird sich nicht umstimmen lassen. Er wird diesen armen Gefangenen seine Rache spüren lassen. Er schüttelt seinen Kopf. Und diese Schuld kann ich nicht auf mich nehmen. Ich kann es nicht tragen. Erzähl mir von Giacco. Einer meiner Akolyten. Nenfalls Gesichtsverdruck fällt vor Trauer in sich zusammen. Ich fand ihn bettelnd auf der Straße, als er noch ein junger Kerl war. Ich nahm ihn zu mir. Ich hoffe, dass er sich in der Kirche entwickeln würde, dass er meinen Platz einnehmen könnte, wenn ich zu alt bin, um Fürst Redrick zu dienen. Seine Stimme hat nur einen verbitterten Unterton angenommen. Er aber fand Interesse an Colts Bemühungen an seiner nutzlosen Rebellion. Ich konnte ihn nicht daran hindern, wegzugehen. Und jetzt, jetzt hat er sich Colts Bemühungen gegen unseren Fürsten angeschlossen und versauert im Kerker. Ich fürchte, dass er Osryas bösen Plänen bereits zum Opfer gefallen sein könnte. Du erwähntest Osryas Experimente. Osrya, eine kluge junge Frau, die von den Lehren der Beseeler korrumpiert wurde. Sie hat Fürst Redrick den Kopf mit freflerischen Gedanken und falscher Hoffnung verwirrt und ihn dabei seines Wunsches beraubt, sein Volk zu führen. Und er ist höch genug gewesen, ihr zuzuhören. Redrick hat Osrya freie Hand gegeben, alle Experimente durchzuführen, die sie will. Jetzt sind die Niederungen der Burg vom Verweserungsgestank verdorben. Wer weiß, welche Seen in diese Finster des Leben und Weg lagen. Beseeler, seine Lippen verziehen sich zu einem finsteren Gesichtsausdruck. Warum überrascht es mich nicht, dass sie alle in diesen Unsinn verwickelt sind? Ich flehte Fürst Redrick für meinen Apokalypen um Vergebung an, aber ich glaube, dass ich Giacos Schicksal auf diese Weise nur hinausgezögert habe. Er schüttelt seinen Kopf. Jetzt ist er Osryas schutzlos ausgeliefert. Wirst du mir dabei helfen, Redrick zu erreichen, wenn ich Giacos rette? Ich könnte es dir ermöglichen, Redricks Kapelle unter uns zu gelangen. Auf diese Weise wirst du direkt neben seinem Ton sein, mit mal Stimme erzählt hat. Aber während Giacos in Gefahr ist, kann ich es nicht riskieren. Wenn du ihn aber sicher ausreichend von Osryas bringst, so verspreche ich dir, dass ich mein Bestes geben werde, um dir zu helfen. Er sieht sich vorsichtig im Zimmer um. Oh, das wird dir mehr zum Vorteil gereichen als eine Verkleidung. Wir haben eine Losung, sie lautet, ein Anfang aus jedem Ende. Wenn du das den Wächtern sagst, werden sie dich passieren lassen. Allerdings auf diesem Stockwerk fürchte ich. Rechnen Sie seltener haben, nur wenig Geduld für solche Dinge. Ich werde Giacos in Sicherheit bringen und dann zurückkehren. Dafür ist keine Zeit, gib mir den Schlüssel. Ich werde mich bemühen, Blutvergießen zu vermeiden. Da hat der Priester erreicht, atmet erleichtert aus und in seinen Augen kannst du einen ersten kleinen Hoffnungsschimmer sehen. Sei vorsichtig, Osrya beherrscht mächtige Magie. Außerdem hat sie eine Vorliebe für grausame Feind. Wenn du sie verärgerst, wird sie dir sicherlich zu einer schrecklichen Feindin gereicht. Lettena presst deine Hände zusammen, mögen dich die Götter leiten. Ja. Jetzt können wir uns hier wenigstens offen umsehen. Eine gute Hobe. Eine Schriftrolle. Duwenz hat ja eine Robe, eine bessere Robe als eine gute Robe. Ja, sollen wir einen alten Mann bestiehlen? Habe ich eigentlich nicht so die große Lust dazu, deswegen lasse ich seinen Besitzstümer da oben im Privatgemach in Ruhe. In den Schachteln unter dem Altar wird süßes, moschusartiges Weihrauch aufbewahrt. Möge uns Beras Weisheiß retten. Der Dämpelwächter sagt nichts. Verzeiht, aber ich bin sehr beschäftigt. Verzeiht, aber ich bin sehr beschäftigt. Ja. So, mit dir haben wir bereits geredet. Halt, was machst du da? Ein Anfang aus jedem Ende. Die Priesterin kneift die Augen zusammen, nickt, aber Entschuldigung, Garkolyt, geh deines Weges. Ja, noch mehr Berat-Paladine. Trinken. Und noch mehr trinken. Ja, und die werde ich jetzt nicht alle anquatschen, weil sie sagen eigentlich alle nur dasselbe. Ein Met, Tess und Zutaten. Möge uns Beras Weisheit retten. Punkt, 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 okay. Was ist mit dir? Du sagst auch nur Punkt, Punkt, Punkt. Halt, was hast du hier zu suchen? Seid gegrüßt, Bruder. Ein Anfang aus jedem Ende. Der Pein grunzt. Entschuldige, geh deines Weges. So. Der hatte uns schon angeredet. Dem konnten wir gerade so entgehen. Die zerschlüsselten Roben im Kleiderschrank riechen nach Weihrauch. Ich glaube, es kann nicht helfen. Ich hoffe, es hilft. Schriftrolle des Schutzes. Ein Trank der Macht. Geld. Trank der Macht. Eine Schutzschriftrolle. Gut, das heißt, wir können, wir sind hier oben fertig, wir können die Treppe nach unten nehmen. Und ich denke, bis zu Osiria werden wir es nicht mehr schaffen, in dieser Aufnahme-Session. Aber das heißt, wir schaffen es auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme-Session nach Ketnoa. So, hier sind wir nämlich wieder hier unten. Ach ja, auf die Belagerungsplattform kann ich dann später auch mal gucken. Jetzt aber erstmal... ...wieder umziehen. So, wir sind wieder hier. Wir wollen auf die andere Seite. Das kann ich einfach öffnen. Das ist an der Wand geschmierte Blut erinnert, Vagam Buchstaben, was auch immer. Ihr früher Stand ist nun von einem Kaminrunden Handabdruck verdeckt. Im Dreck sind ein paar blutige Fingernägel eingebettet. So. Hey, hier drüben. Bitte hol mich aus dieser Zelle raus. Kriegst du das Schloss auf? Ich glaube, die Besielerin hat den Schlüssel. Ja, hier ist nochmal ein Haufen. So, Kanna, dann zeig mal, ob du mit den Stings kannst. Ah ja, tatsächlich, das... Das macht er einfach nur direkt vor sich. Aber es hat gut gepunst. So, dann öffnen wir die Türen noch. Sacken hier alles ein. Goldobel. Der Goldobel doppelte seine große Goldmünze und selbst in der Voyage der Republiken eine seltene Münze, die meistens vom wohlhabenden Adligen benutzt wird. Jo, einsacken. Der Tank fühlt sich warm an. Die Brunnenflüssigkeit im Inneren bringt das Glas zum Vibrieren. Die Felsen sind mit Blut und Stellenweise mit getrocknetem Fleisch verkrustet. Das ist wohl eins der Laborteile, die wir gefunden haben jetzt. Zum Tempel, zum unteren Festungsfall. Gut, das heißt, hier werde ich speichern. Denn jetzt sind wir hier durchgekommen, ohne einen Menschen zu töten, sondern nur Untote bis jetzt. So, das ist dann LP 006. Und ohne ständig neu laden zu müssen. Das ist der definitiv einfachere und richtige Weg hier durch. So, aber jetzt gibt es erstmal einen Cut. Dann machen wir das mit der Priesterin. Und dann geht es ab nach Kettenua, sobald wir mit Redrick geredet haben. Also, bis dann.